Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Yara, auch bekannt als Eukalyptus marginata, eine Baumart, die in Australien heimisch ist, hat in den letzten Jahren verstärkt die Aufmerksamkeit von Forschern auf sich gezogen. Die Wirkstoffe dieses Baumes werden schon seit langem von den Aborigines für ihre heilenden Eigenschaften genutzt. Die moderne Wissenschaft beginnt jedoch erst jetzt, diese traditionsreiche Pflanze genauer zu untersuchen. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften des Yara-Baums sind seine potenziell antikarzinogenen Eigenschaften. Zahlreiche Forschungsstudien haben gezeigt, dass bestimmte Wirkstoffe in Yara eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von Krebszellen haben. Ein solcher Wirkstoff ist zum Beispiel das sogenannte Yara-Hohne, das in den Blättern und der Rinde des Baumes gefunden wird. Yara-Hohne ist ein Terpenoid, das für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt ist. Es konnte gezeigt werden, dass es das Wachstum verschiedener Krebszellen, darunter Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs, hemmt. Ein weiterer wichtiger Wirkstoff ist Betulinic Acid. Diese Verbindung hat gezeigt, dass sie spezifisch Krebszellen angreift und deren Wachstum hemmt, ohne dabei gesunde Zellen zu beeinträchtigen. Betulinic Acid hat sich als besonders wirksam bei der Behandlung von Melanomen erwiesen, einer aggressiven Form von Hautkrebs. Es konnte gezeigt werden, dass es die Apoptose in den Melanomzellen auslöst und somit ihr Wachstum stoppt. Neben Jarrah-Hohne und Betulinic Acid sind noch weitere Wirkstoffe in Yara enthalten, die eine vielfältige Wirkung auf Krebszellen haben. Dazu gehören Phenolsäuren, Flavonoide und Tritapene. Diese Verbindungen wirken synergistisch zusammen und verstärken somit die antikarzinogene Wirkung. Die Wirkstoffe in Yara sind in der Lage, verschiedene Arten von Krebserkrankungen zu beeinflussen, darunter Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs und Leukämie. Diese Wirkungen werden, neben den genannten Wirkstoffen, auch auf Methylglyoxal bzw. MGO zurückgeführt. Die Untersuchungen zeigten, dass MGO potenziell krebshemmende Eigenschaften besitzt, die das Wachstum von Brustkrebszellen hemmen können. Darüber hinaus deuten Labortests darauf hin, dass MGO die Fähigkeit hat, das Überleben und die Proliferation von Darmkrebszellen zu beeinträchtigen. Bei Prostatakrebs ergaben Untersuchungen an Zellkulturen, dass die Wirkstoffe in Yara das Wachstum und die Invasivität von Prostatakrebszellen reduzieren können. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass MGO und andere Wirkstoffe in Yara auch ihre krebshemmende Wirkung auf Leukämiezellen ausüben können. Die Wirkstoffe in Yara können den oxidativen Stress in Krebszellen erhöhen, was zu deren Absterben führen kann. Darüber hinaus können sie die Signalwege in den Krebszellen stören, die für ihr Wachstum und ihre Überlebensfähigkeit wichtig sind. Dies kann dazu führen, dass die Krebszellen nicht mehr in der Lage sind, sich zu vermehren und zu wachsen. Die Anwendung von Yara-Wirkstoffen in der Krebstherapie ist jedoch noch Gegenstand intensiver Forschung und klinischer Studien. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Yara und dessen Wirkstoffe zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!